ein leckerer gemischter Salat mit Mais, drei Tomaten, ein paar Champignons, einfach nach Lust und Laune und dann haben wir nur rote Beete, rote Beete ein, da habe ich das aus dem Glas, so mit links arbeiten ist natürlich schwer das ganze schaut dann so aus, ja jetzt kommt es gleich weg, ja ich habe zum Frühstück nichts gegessen und habe mir gedacht, jetzt kann ich gleich Mittagessen und machen wir einen Salat ich weiß nicht ob wir noch einen machen, aber von dem kann man eh einiges essen, schauen wir mal, rote Beete sättigt eigentlich her und ist gut für den Sauerstoff, für den Eisenmangel zum Beispiel, wenn man hat ok, passt, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wir hören uns später